Grüß Gott willkommen, es war ein Donner-Zeller-Satz. Die Möhren haben gekämpft. Es war Karpol. Setzen wir rein, beginnt. Fügt der Wolfgang von uns am Reifloh. Karpol ist ins Reifloh. Steig! Karpol gibt es in die Vorstellung. Alles glücklich ist. Karpol geht es um Barsch für einen Internet-Satz. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Applaus 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 Wow Bravo 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 Boah, 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 Boah! Boah, 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 Boah! Boah, Boah!